This is Darth Maul Und he is playing Lego Star Wars the complete Saga Ich hab keinen Bock mehr auf den gleichen Anfang Herzlich willkommen Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Part So bliblablub Alter halt deine Schnauze So das haben wir gerade gespielt Das Ende der Jedi Und jetzt gehen wir in Kapitel 6 Da fehlt ein Darth Vader Da fehlt uns nur der rote Powerstein Und ein Minikit Da gehen wir rein Suchen uns würde ich sagen Ghost Was ist das denn hier für ein Typ Boss Nass Mit dem will ich mal spielen Who the fuck is Boss Nass Junge der hat noch nicht mal ne Waffe oder sowas So der Minikitip Detector Zeigt was an da rechts Also heißt noch weit Vor allem der ist langsamer als andere Charaktere Guck der überholt den Geil Die sind auch langsamer Ich glaub das nicht so Der Kerl ist schnell hier Oh Was ist das denn da mit Schnauze Und dann weiß ich was Die Schnauze Die Schnauze Die sind auch langsamer Und dann Ich glaube da Ich glaube da das ist der Die Schnauze Da ist ein Minikit. Hier muss ich rein. Er ist wo? Oh, das ist doch der Powerstein. 52 Millionen wieder. Okay, ich würde mal sagen, das war knapp. So, hier ist ja kein Minikit mehr, ne? Nö. Fehlt ein Minikit jetzt im ganzen Level. 100% habe ich, roten Powerstein habe ich gerade schon eingesammelt, also. So, machen wir weiter. Und hier kann ich das Minikit immer noch nicht erkennen. Eigentlich spielt man das ja mit Darth Vader irgendwie zusammen, das Level. Hä, was war das jetzt? Ich nehme mal... Das ist nass, warum nehme ich den Typen eigentlich? Oh fuck, was dauert das hier so lange jetzt? Hallo. Oh, weil der Typ abgeschmiert ist. Alter, noch nicht mal der andere darf abschmieren, oder was? Das war doch hammerwitzig. Ich wollte ihn doch nur reinschubsen. Achso, da explodiert doch irgendwas von der Seite und... Da muss ich überall drauf Rücksicht nehmen. Egal, es bringt immer wieder neue Münzen und ich verliere keine Münzen. Ich glaube nun. Ne, ich glaube doch noch nicht. Nun war doch nicht richtig. Ich hätte es später machen sollen. Äh, zurück. Hä? Achso! Nun eye-checking this. Hello boy, come on. Thank you. Bitch. So. Ich muss ja erstmal... Das Rad hier muss ich erstmal drehen. So. So, jetzt. Zack. Jetzt geht der Kram. So. 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 Oh man, please. Oh lord. Give me Atsbo. Oh yes. Thank you lord. Please. Lord. You are not a good lord. I hate you lord. Lord Margul is the best lord. So. My English is very good. And I have an American accent. Yes, of course. Ja, mein Deutsch ist auch very, ähm... Mein Deutsch ist auch very... Ähm... So. Den können wir jetzt aber hier, glaube ich, mal rüber R2 nehmen. Ich glaube, das sollte er schaffen. Yes. Ha, wenn er das jetzt nicht geschafft hätte. Das wäre zu witzig gewesen. So, dann spämen wir wieder rüber hier. Oder doch nicht. Oder, ich habe eine andere Möglichkeit. Wir schweben doch nicht rüber. Ich habe mir das kurzfristig anders überlegt. Alter, ich... Aber diese Szene hier, dieses... Dieses Ding finde ich im Film so episch. Wirklich Darth Vader kämpft gegen... Warte mal. Ich bin der King. Alter, war ich hoch. Gegen Anakin. Pam. Pam. Nee, Obi-Wan kämpft ja gegen Anakin. Glaube ich. Gegen seinen eigenen Schüler, glaube ich. Und dann wird er in dem Story, wird er hier... To Darth Vader. In dieser Maschine da. Keine Ahnung, wie. Pam. Dunkle Seite, freigeschaltet. Können wir noch was das heißt. Auf jeden Fall... Oh, wir haben jetzt... Ja, eine Milliarde. Bruder. Oh man, hör doch bloß auf hier. Was ist es mit diesem Ganzen? Oh man, wie. Wir lassen. Du hast es mit. Was ist mit, wie. Oh man. Oh man. Aber du hast es mit. Die.